Guten Abend und herzlich willkommen im Recover Freitag. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Boxfreunde, unter dem Verband der GBA und dem Promoter Hani Al-Jari haben wir heute die Delegierten an Bord Christoph Kulik und als Ringrichter Mustafa Erenay, Cornelius Berns und Piotr Wolke. Unser Ringarzt ist Dr. Shirin Davish, Sanitätsdienst die Baltheser und Wettspräger Sebastian Zadlik, Organisation Agmar Gertz. Mein Name ist Rufi Kramer, ich heiße Sie herzlich willkommen und freue mich, Sie hier heute Abend durch den Ringabend oder die Box nach begleiten zu dürfen. Wir fangen gleich an mit dem ersten Amateurkampf. Das Kämpfen im Junioren-Schwergewicht, 3x2 Minuten, Niklas Still in der roten Ecke gegen Alexander Zschnik in der blauen Ecke. Ich bitte euch, die Kämpfe herzlich willkommen zu Hause. Mit einem jörglichen Applaus. Niklas Still. Niklas Still. νηoria Da war ich gerade etwas überäufig. Also jetzt nochmal kräftig klatschen. Alle willkommen heißen und los geht's. Arten! Ich bin hier oben mal da rechts. Jetzt genauso, ja. Kein Stopper! Becken wir mal weiter. Wollen wir den? Arten! Ja, genau so! Nicht wärmer! Nicht wärmer! Arten! Und was frei ist auch. Nein! Das ist ganz gut. Jetzt nach oben, Arten! Römer! Dann hat er das laufen. Nein! Ja! Da gibt es ja noch etwas. Und, was ich schon &ce? Man atmet vor, das mal nicht. Nein! Nöw und hoch. Ja! Ein rein! Links! Alles! Auf geht's, Alex. Auf geht's. 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 Auf geht's.